Wer hat das eingesperrt? Wer meint eigentlich so das? Wir wurden ja eingesperrt! Nein! Hä? Hä? Moment, was haben wir dafür? Das da. Ach, und dafür? Und? Der ist aufgehoben. Nein! Ich würde sagen, die ist zirbsend am Arsch, wenn sie nach Tatooine kommen. Ah, ich behalte die jetzt. Angriff! PVP ist auf. Genau das ist deswegen. Wie lange reicht eine Wasserquelle, wenn man da Felder anbaut? Wie viele Felder? Fünf oder so? Hier. Vier? Vier? Ach, du hast versucht zu schummeln. Zu schummeln? Ich hab's immer durchgekommen. Ich hab's nicht bekommen. Galt. Wie sollte man das machen? Ey, der Bären soll schon machen. Der will nicht schrauben. Ich geh jetzt von niemandem, den das nahm ich nicht weiß. Ey, ich muss jetzt eben grad mal gucken. Das ist mein. Willst du dich schwer? Ja, warum nicht? Was sagst du denn mal raus? Ich will doch nur an Nia tauschen. Lauf, lauf, lauf! Lauf, lauf! Ich sollte dich das machen, dass man Türen laufen kann. Geh weg! Geh weg! Leck mal meine Sachen! Ja, dann. Hier, wo bist du auch da? Nimm jetzt. Nimm den Nia. Geh weg für die Knochen. Dankeschön. Du hast sehr viel. Geh weg! 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 Ich fühl mich grad wie in Harvest Moon! Was? Moon? Ich fühl mich grad wie in Harvest Moon! Harvest Moon! Harvest Moon! Finde ich besser. Harvest Moon! Yow yow! Mission completed! Mission completed! Hacke, hab auch jemand noch einen Brustpanzer als vorsehen noch eingebaut. Ich wollte bald mal wieder was zu phrasen. Dankeschön, ich melde mich freiwillig für den Brustpanzer. Weil ich der Einzige bin, der tatsächlich was kriegt. Ich melde mich dann für die... Du nimmst den Panzer, ich nehme die Brust. Hallo! Alter Simi! Hendo, oder ich schieße! Ja? Ich weiß keine Waffe. Da sind die, der Lichtschwirrt. Simi, Hendo, oder ich schieße! Am Arsch! Nee, beschütz dich! Beschütz dich! Beschütz dich! Elf! Elf! Ich such gerade Samen! Yeah, ein Doppellaserspät! Ich such gerade Samen! Ja? Komm mal her! Komm mal in mein Haus, wenn du weißt, wo ich wohne! Oh! Voll krass! Ja? Ich habe dir befohlen, mir Essen zu geben, und ich habe immer noch... Essen! Ja, ich habe... Ja, ich brauche auch mal wieder das Essen! Ja! Ja! Hier, ne? Warte mal auf, die... Ist das anzugreifen! Das ist ein Haus, ne? Ja, oder? Oh mein Gott! Der kann macht Blitz! Ja, echt! Du bist toll! Ey, cool! Cool! Die... Die... Eisenrüstung ist... Die... Boba Fettrüstung! Ist ja krass! Ja, ich muss auch noch... Ich muss auch noch so viel an mein Haus feilen! Das ist voll klein! Ich wollte nur... Muss ich ja noch machen! Aber ich würde mal sagen, dass... Ich würde mal sagen, dass... Das reicht erstmal! Oder? Ja, ich denke mal, wir haben jetzt... Wir sind jetzt gut! Wir haben jetzt gut eine Stunde aufgenommen! Das reicht erstmal! Und dann... Okay! Haben wir schon mal ein bisschen was geschafft! Alle zum spawnen! Später kann man ja noch Schilder und... Alles sowas! Ein Enderman steht hier einfach drin! Lindy! Ist schönes... Ist schönes Licht! Ja? Hat den Kristall gegeben! Ich mir! Nein! Der Enderman! 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 Ist mir irgendwo ein Enderman! Schaut euch das an! Schaut euch das an! Oh, der Stodestern ist oben ganz klar! Irgendwann! Hier! Könnt ihr... ...diese... ...Löcke gehen! Und dann wirst du uns töten! Und dann... Ich will zum Löcke! Ja! Kann man... ...zu einer Arena gehen! Halt! Halt! Halt in 30 Jahren! Die Proressen! Oh! Der Enderman! Alter! Der geht ab! Das Gemeine ist leider nur! Ich hab'n Makro an meiner Maus! Also 35 Klicks sind also ich wunde! Und das geht auch in Minecraft! Ja! Aber das machst du immer nur für einen Krieg Schaden! Das rüst... Nutzt nur deine äh... Das geilste ist aber! Es nutzt erstens die maximale Reichweite! Und zweitens äh... Sobald... ...die Hitbox wieder erreichbar ist! Wird direkt wieder gehittet! So dann macht ihr jetzt alle einfach mal Slash Spawn! Und dann... ...sagen wir... ...dann sagen wir... ...Tschüssi! Wie meint eigentlich... Wir wurden ja eingesperrt! Nein! Hä? Slash! Hä? Hä? Wir fliegen Segmente um sich herum! Das war echt nicht dich! Portet euch doch einfach zum Spawn! Ja wir sind doch beim Spawn! Ja bei Slash Spawn sind wir eingesperrt! Das war meine! Das war meine! Ihr könnt doch mit Schiff-Klehrtaste drüber fliegen! Das war meine! Nee geht nicht! Aber ich bin Level 1 und hab 10 Credits! Leck mich am Arsch! Richtig gut! Ist das geil! Ist das geil! Hast du schon ne Waffe Terry? Ja ich hab ein Lichtschwert und ein Blaster! Schieß doch mal! Ich mich! Ist das geil! Hahaha! Das ist richtig cool! Und ich hab aber noch gar nichts! Ich hab einen übelsten Skill an! So Leute wir müssen alle zu den Portalen gehen und dann eine Selbstreflexion haben! Wir beide sind jetzt neulich runter das neue Video! Alter macht jetzt mal Lichtschwerter aus! Dann machen wir die gleich epic alle zusammen an! Mach da mal! Ich hab mein Fake Lichtschwert! Wie kann man werfen? Auf M! So seid ihr alle bereit meine Freunde für Party! Ich werde mich auf jeden Fall in der nächsten... Nicht! Die schießen die fliegen ganze Bilder ab! Was? Wo? Hä? 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 Warte! Bin ich hier? Ich werde mich auf jeden Fall beim nächsten Mal bemühen dass ich mehr auf Farming setze dass ich dann auch mal ein Lichtschwert hab! Weil darum geht's ja! Und wenn ich jetzt an und an mein Haus weiter baue dann... Ja dann... Habe ich zwar ein schönes Haus aber dann habe ich kein Lichtschwert, kann nichts kämpfen! Und das ist dann kacke! Wir müssen nicht später dich es halt schön aussehen lassen! Ja! Das muss dann... Wenn wir alles so weit haben dann bauen wir was schönes! Schieß doch mal auf mich! Was baust du denn da oben ab? Nehme mal wie man das macht! Leute ich würde sagen das war's erstmal! Das ist irgendwie ziemlich dumm da... Was? Das ist ziemlich dumm im G-Volt! Das ist einfach mal der Spot hat sie gezählt! Einfach mal... Ich weiß einfach mal pinke Rolle! Boah schmeißt hier eure Lichtschwerte runter! Hallo! Das war's pur! Was? Was? Ach stimmt es gibt ja Macht! Stimmt es gibt ja die Macht! Leute! Ich würde sagen das war's erstmal! Ich hoffe es hat euch soweit gefallen! Der Server ist wie gesagt erstmal... Ja das Server ist erstmal offen! Unter der IP ne... Oh scheiße! Beschreibung 427 da könnt ihr dann drauf joinen könnt gerne mal auch dann spielen wenn ich jetzt nicht aufnehme! Ich werde dann... Hat jemand irgendwas zu essen? Ich werde dann auf jeden Fall nochmal ein Video zu drehen wenn ich das nächste Mal aufnehme und dann würde ich mal sagen danke fürs Zuschauen Leute! Und äh... Ja kein Problem den Simi! Haut rein! Macht es gut! Und äh... Nochmal ein riesen Dank an alle die jetzt dabei gewesen sind! Ich fand's eh... Ich fand's eigentlich ganz cool! Ich fand's cool hat Bock gemacht! War schon geil! Niemand soll ihn abonnieren! hinter dir auf Novell. In die H3 engine gaat! detectorsiert ist. SchissGER Prettiens Jung wieder! W-der. Jer ist einfach 그대로!